Jo, meine Leute, herzlich willkommen zum DFB-Pokal-Saison 2022-23-Predictions-Achtelfinale-Teil 2 von 2. Los geht's! Heute um 18.00 Uhr SV Sandhausen unterlegt SC Freiburg 3 zu 6. Dann um 20.45 Uhr Eintracht Frankfurt gewinnt knapp gegen SV Darmstadt mit 1 zu 0 nach Verlängerung. Dann um 20.45 Uhr VfL Bochum unterlegt Borussia Dortmund mit 2 zu 4 nach Verlängerung. So, das war's vom DFB-Programm mit dem Predictions-Saison 2022-23-Achtelfinale-Teil 2 von 2. So, wenn euch das wieder gefallen hat, lasst mir doch ein bisschen nach oben da. Vergiss keiner wo, daneben ist das Blöckchen, das nicht vergessen, sagt ihr wen. Dann verpasst ihr gar keine Benachrichtigungen auf diesem Channel. Bis deiner. Gut geht's. Ciao.